Erz-TV-Fernsehkoch Benjamin Unger, hier schon bei der Aufzeichnung der nächsten Folge Treffpunkt Kulinarisch, kann sich freuen. Sein Restaurant St. Andreas im Hotel Blauer Engel in Aue wurde vom Reiseführer GOMIO mit zwei roten Kochmützen ausgezeichnet. Damit ist das St. Andreas das beste Restaurant der Region Südwest Sachsen. Die beiden Kochmützen stehen für einen hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität. Für seine Weinauswahl bekannt, dass St. Andreas eine Bewertung von vier Weintrauben, was das Lokal Richtung Deutsche Spitze bei der Weinkarte treibt. In Sachsen haben es 34 Gastronomiebetriebe in die Bestenliste geschafft. Neben den Giet-Mechelon gilt der GOMIO hierzulande als der wichtigste Restaurantführer. Demnächst ist Benjamin Unger wieder in der Erz-TV-Kochshow zu sehen, dann mit dem Bademädchen aus Bad Schlemer und dem Blaufarbenwerker aus Aue. Die GOMIO Der 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 GOMIO